Fensterkonzert Teil 148, 1.1.2023, Prosit, Neujahr! Und vielen, vielen Dank für die vielen Boots! Täubchen, das entflattert ist, stille mein Verlangen! Täubchen, das ich oft geküsst, lass dich wieder fangen! Täubchen, oldes Täubchen, mein, komm, oh komm, geschwinde! Sehnsuchtsfolge, denk ich, tein! Holde grüne Tanne, ah, holde gelbe Eiche, ah, holde Rosalinde! A baum ist, ich b's ja gewusst, sehnsuchtsfolge, denk ich, tein! Holde, holde Rosalinde! Ja, vielen, vielen, vielen Dank für alle, die mich unterstützt haben bei der Wooting-Party, Silvester-Party gemacht, ha, die Wootzei hat draufgekommen! Vielen, 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 vielen Dank! Natürlich möchte ich mich bedanken beim Sebastian, bei der Lisa, bei der Monika, beim Peter, beim Stefan, beim Oliver, beim Bernhard, bei der Gudrun, beim Richard, beim Daniel und beim Martin! Und den Digi-Netz-Zugkraft in ganz Österreich waren unsere Plakate! Vielen, vielen Dank! Und deswegen haben wir möglicherweise das Wooting gemacht! Aber ich möchte mich auch bedanken, die mich nicht unterstützt haben. Jetzt verstehe ich den Spruch, in Österreich muss man sich Neid verdienen. Glücklich ist, wer vergisst, was doch nicht zu ändern ist. Ja, aber Wasser gewinnt ja fast immer, außer Musik. Musik schlägt alles. Das ist, Gott sei Dank, in Österreich so, man hat es heute gehört beim Neujahrskonzert, ist an die ganze Welt gegangen, Österreich musizieren. Und natürlich die Fledermaus, gestern zu Silvestern, heute am 1. Januar, 1. Januar, 1. Januar, 1. Januar 2023, wieder die Fledermaus. Und vielen, vielen Dank, ich hätte nicht gedacht, dass wir den ORF schlagen. Vielen, vielen Dank, ich bin ja auserkoren, ich bin ja sehr demütig. Ich bin einer von den hunderttausenden Absolventen, 150 Persönlichkeiten wurden auserwählt. Dankeschön für diese Ehre. Und jetzt bin ich auch noch der Primus, der Primus. Aber was habe ich denn da, der Primus? Ich bin schon einmal zum Primus gewählt worden. Am 9.05.1979 in der Schule zum Primus gewählt. Beginn, Ende, gibt es kein Auflaufdatum. Jetzt wieder zum Primus gewählt. Dank euch. Vielen, vielen, vielen Dank. Ihr seid ein Wahnsinn. Und jetzt haben wir die Fledermaus, die Fledermaus, prosit neujahr. Im Feuerstrom der Reben, tralalalalala, sprüht ein himmlisch Leben, tralalalalala. Die Könige, die Kaiser, die lieben Lorbereiser. Doch lieben sie daneben den süßen Saft der Reben. Trostan, 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 und hollig dem Vereine, dem König aller Weine, dem König aller Weine. Trostan, trostan, trostan. Die Majestät wird anerkannt, anerkannt, rings im Land. Jubeln wird Champana, der erste Kenand. Prost! Prost!